Wie regelmässig räumst du dein digitaler Archiv auf so Fotos? Du schaust schon schuldbewusst. Bei den Fotos läuft es nicht schlecht. Dort kontrolliere ich immer sofort, welche gelungen sind und welche nicht. Und die schlechten lösche ich gerade wieder. Bei den Mails mache ich eher das Gegenteil. Dort lösche ich den Spam und sonst eigentlich nichts. Solange es noch Platz hat im Postfach, bleibt das Zeug liegen. In verschiedene Unterordner, das braucht nicht zu viel Zeit. Das kann man dann später einmal, wenn alles eh veraltet ist, unbeseen löschen. Alles digital braucht aber eben Platz. Darum schauen wir heute im Grossrahmen, wie das energieeffizient geht. Wer mehr über Energie weiss, kann mehr als Energie machen. Energieexperten – der Podcast zum Blog der EKZ-Energieberatung. Noch mehr Infos und Tipps, wie man Energie effizient nutzen kann, gibt es auf energie-experten.ch Grüezi, Grüezi. Ich bin Carla Keller, Podcasterin und Moderatorin. Und mir gegenüber ist der Thomas Elmiger von der EKZ-Energieberatung. Guten Tag. Hallo Carla. Hallo miteinander. Dieser Blogartikel, den wir heute darüber sprechen, heisst, wie sich Rechenzentren effizienter betreiben lassen können. Denn eben alles wird immer digitaler. Alles braucht Speicher- und Rechenkapazität. Zuerst einmal, was ist der Stand der Dinge in der Schweiz? 2023 gab es in der Schweiz rund 80 grosse Rechenzentren und mehrere tausend kleine. Der Anteil am Gesamtstromverbrauch der Schweiz ist beachtlich. Heute etwa 4%. Die Rechenzentren kann man in drei Kategorien einteilen. Interne Rechenzentren in einem Unternehmen. Das geht vom kleinen Serverraum mit wenigen Servern bis zur umfassenden Inhouse-Rechenzentrum-Lösung mit mehreren tausend Servern. Das zweite ist die Co-Location. Hier mietet man Platz, Strom, Kühlung, einen Internetanschluss und der sichere Zutritt ist gewährleistet. Die Kunden bringen Rechner und Software aber dann selber mit. Und die dritte Kategorie, das sind sogenannte Hyperscaler. Dort kann die Kundschaft Rechen- und Speicherleistung mieten. Alles andere ist vom Betreiber organisiert. Die bekanntesten Anbieter von so Dienstleistungen sind Amazon mit AWS, Microsoft mit Azure oder Google. Im Artikel schreibt Remo Bürgi von eurem Team am effizientesten die grossen Rechenzentren. Zusammengefasst wieso? Der Branchenverband Asut hat letztes Jahr eine Studie dazu veröffentlicht. Die Studie verwendet die Kennzahl PUE, Power Usage Effectiveness. Der PUE-Wert zeigt auf, wie viel Energie gebraucht wird für den Betrieb des Gebäudes im Verhältnis zur Rechenleistung. Also quasi der Overhead-Aufwand. Eins wäre ideal, man könnte die ganze Energie zum Rechnen brauchen. Alles darüber ist schlechter. Interne Rechenzentren arbeiten im Schnitt 1,79, während Co-Location Rechenzentren 1,25 erreichen. Es ist also effizienter, die Fläche zu mieten und die Rechner und Software in so ein spezialisiertes Gebäude zu bringen. Wie viel spart man denn so in Prozent? So ein Rechenzentrum braucht rund 68 Prozent weniger Strom für den Betrieb der Gebäudetechnik als ein internes Rechenzentrum. Also nur etwa ein Drittel. Da wirkt sich die Grösse positiv auf die Effizienz aus. Das ganze Gebäude ist extra für den Zweck geplant, gebaut und gemanagt. Und es hat sehr viele Servers drin. Also es ist wirklich extrem viel, das man hier sparen kann. Und trotzdem gibt es interne Rechenzentren auch so aus Sicherheitsbedenken. Machen das gewisse Unternehmen, zum Beispiel in der Schweiz, der Armee, der Bund, Pharma-Betrieb. Wie könnte man diese dann doch energieeffizienter machen? Ja, wenn man die Abwärme von internen Rechenzentren schlau in die Heizung umleitet, kann man sie für Raumwärme oder Warmwasser nutzen. Ich habe flink in den Kommentaren bekommen, dass das schon lange so gemacht werde. Auch dann wollen wir jeweils darüber berichten, dass die Empa daran forscht, wie man das noch weiter verbessern könnte. Am wichtigsten aus Sicht der Energiewende wäre, grosse Rechenzentren nur dort zu bauen, wo man ihre Abwärme sinnvoll nutzen kann. Für benachbarte Betriebe zum Beispiel oder für ein thermisches Netz. Remo Bürgi hat auch mit Thomas Kräser gesprochen. Er ist von Digital Reality. Sie betreiben ein Rechenzentrum. Er hat gesagt, dass in Zukunft Cloud-Lösungen und Co-Location-Rechenzentren zum Standard werden. Wie seht ihr das von DKZ? Das klingt durchaus plausibel, weil grosse Rechenzentren sind nicht nur bei der Energieeffizienz im Vorteil, sie sind auch sehr sicher von hoch spezialisierten Fachleuten gemanagt und als Massengeschäft auch preislich interessant. Wir sind keine IT-Spezialisten, aber auch aus der Sicht von Energieexperten kann der Trend gut sein, wenn er zu einer effizienten Digitalisierung beiträgt. Thomas, eine Frage habe ich noch. Du hast schon gesagt, sicher, aber eben auch Massengeschäft. Datenschutz, ist das auch ein Thema? Ich meine, wenn das die Server von Google oder Amazon sind. Ja, es gibt natürlich auch Schweizer Unternehmen, die das anbieten und auch Schweizer Kunden, die gezielt Server im Inland buchen. Und klar, Datenschutz ist da ein riesiges Thema, gerade auch wenn es Energiedaten betrifft. Da muss dann jedes Unternehmen halt selber entscheiden, ob es die Sicherheit nur intern gewährleisten kann, ob sie es intern überhaupt gewährleisten können, Stichwort Fachkräftemangel, oder ob Daten vielleicht bei einem externen Dienstleister besser aufgehoben sind. Letztlich betrifft das auch die Privaten. Ein Beispiel von zu Hause, die Steuerung unserer neuen Wärmepumpe, die sendet Daten in eine Cloud. Und alle, die dort Zugriff haben, können im Prinzip rauslesen, ob bei uns jemand daheim ist. Da hat man nicht viel Wahl, aber es schadet sich nicht, wenn man sich der Tatsache bewusst ist. Der ganze Blogartikel ist unter energie-experten.ch. Dort könnt ihr euch auch vorlesen lassen. Und im Episodentext ist der direkte Link dazu. Den Energieexperten-Talk gibt es alle zwei Wochen immer am Dienstag. Das nächste Mal geht es darum, wieso es für das Stromsystem gut wäre, wenn die Preise flexibler wären. Wir freuen uns immer über euer Feedback, welche Erfahrungen oder auch wenn ihr Themenvorschläge für die Energieexperten habt. Schreibt einfach unten im Podcast-Feld oder per Mail auf podcast.nx.me. Energieexperten, der Podcast zum Blog der EKZ-Energieberatung. Von den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich. Die Idee und das Konzept ist von Thomas Elmiger, Gianni Cavicelli und mir, Karla Keller. Den Blogartikel geschrieben hat Remo Bürgi. Den Schnitt und das Mastering hat Wilma Rall gemacht. Das ist eine Produktion der Podcast-Schmidi.